Bank Overfail Bank Overfail Mach die Map eigentlich voll gern, also vom Aussehen her ist halt die First World Bank aus Payday Ehh, Payday Alter, wir müssen noch Payday so heiß geben Fertino Fertino heißt dann, sie hieß, aber Jaja Ja, ein nicer Joke, einfach nur Jetzt kann ich ja gar nicht in 16 snipen Glaub ich werde gerätzt Nein, werde ich nicht Du bist wahrscheinlich nicht von mir gerätzt Weil ich nicht mehr weiß, wo du warst und ich bin dann nicht mehr Acht, Alter, du nicht auch Ich bin dann nicht mal gespawnt Schade, für das Wochenende Alter, was ist das denn für ein geiler Preis Aber ich will doch immer noch die Hacker für 16 kaufen Wie cool dieses Dachfenster hier ist, Junge Ist das das Runde? Jaja Was? Oh Gott Was? Ich hab den Inquisitionswert nicht getroffen Ja, ich spawne die wieder bei Timo Ne, ja Ist ein mega spawnt, wieso? Weil irgendwie Timo dich nicht rätzt Ich bin doch Shotgun Warum nicht? Weil ich es ausprobieren will Dann kauf dir aber zuallererst das Einsatzschild Und pack das auf den Rücken Verdammt, deine Granate Weil das schützt dich von Die Gegner, die hinter dir sind Sieht aber auch nicht cool aus Das ist mir absolut egal, das ist absolut okay Du stirbst quasi nie mehr von hinten Oh nein, zu viele geh ich noch Musik Ich kann Musik anmachen Hast du vielleicht ein Radio gefunden Ja Hast du vielleicht Jonas gefunden Warum? Was? Kommen wir oben auf den Balcony Oh wow Jaaaa Rett mich doch mal Scheiße Geld stehlen Ballistico Oh Gott Schild auf dem Rücken Schild auf den Rücken Schild auf dem Rücken Schild auch vor dir ist total OP Schild geschützt dich vor allem Schild auch vor dir ist total OP Boah, im 16-O3, Alter. Sanjay, überleben! Oh, vielen Dank. Du bist verhaftet! Oh Gott, Sanjay! Was denn? Gesamtgeld für 10. Das ist immer einer. Was ist das denn? Ich hab sogar immer getetet. War auch keine Granate. Doch. Das war eine Person, eine Mini-Explosion. Kannst du mir nicht erzählen. Ja, Inquisitions-Spiel! Alter, ich soll euch jetzt schon merken, Inquisitions-Spiel-Spiel-Spiel als ich. Ich hab einen 2 oder so, oder einen 3. Volle Taschen! Auf so'n Geldsdorbel. Volle Taschen! Hey! Granate wird gemacht! Nein! 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 Genau so! Auf so'n Ziel! Alter, wir haben einen Mega-Range! Ja, ist dein Medikin! Vanaten sind hier echt ganz schön cool. Deshalb kannst du hier auch diese coolen COD-Across-Net-Nates werfen. Ja, ich hab einen Secretär damit gekillt, weil der... Ja! Inquisitions-Schwertkill! Alter! Nein! Und dann bin ich an einer Laser-Mine gestorben. Alter, wird sich doch verarschen. Ich hab mich gar nicht bewegt, das wirst du gewesen sein. Ja. Das Schwert ist einfach zu praktisch. Taktisch. Alter, wie leckt er denn da rum? Ich krieg den nicht aus! 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 Hi Starling, Alter, was? My亲! Oh. Was sind die Silkräuter? 15er! Mh. Ja stimmt, es gibt ja noch ein Dach da oben Ja, ich bin gerade sogar auf dem Dach Naja, du warst auf dem Dach Naja, ich bin sogar immer Du bist ja tot Ich bin nicht tot Aber Timo ist tot Weißt du, ja Timo ist schuld Stefan ist schuld Ach Stefan Ich sag Er ist Timo tot Mach den Fakrasen, die Halle heiß Was für eine Limpf, das jetzt zusammenhängt, aber mit jemandem das sagt Ja, ist halt so Ich bin nicht kill Der wie die AK, ne? Die hat sich von dieser Halle einfach so vertrieben an Aua Wow Der macht's gegen Granaten echt gar nichts mehr Wieso werde ich nicht gerätzt? Oh nein, Feuer, ich bin im Feuer gespawnt Ich glaube das Feuer ist doch schuld Wow W-w-was? Wow, der hatte EIN Geld dabei Warte was, ein krasser Tipp Oh, die AK, hab ich mal den Lutsch Oh nein, da unten sind ja alle Menschen Da unten sind ja wirklich alle Menschen Da ist ja irgendwie immer eine Nadeln, ich meine Nein Ah, der hat geblieben auch das Nein G18 Timo, das machst du aber schön Ja G18 Akimbo, Alter Ach, Mate Akimbo Was, Akimbo? Nein Ob ich mich tatsächlich nicht mehr wirklich wundern würde wenn es das in diesem Spiel gibt AK AKIMBO Ich hab einen Karimbo Ich hab einen Karimbo Alter, ich geh jetzt hier rein, reicht's, ich hab keine Lust, was dacht zu sehen Wow, was? Ja, natürlich ist da ein Gegner, der mich insta-killt Tür sofort wieder aufkillt, nice Könnt man jemand retzen? Mhm Wird schon sein, er könnte doch bis 5 Meter neben mir gewesen sein Eiii Oh, was ist mit ihm denn? Oh Jetzt wird er jetzt Ich kann ihm kein Medikit geben Nimm das Medikit Jetzt bring ich mir auch mal Geld mit Klaus diesen Schwein das Geld Weiter Und da das blaue Feuer, ne? Der Shit Wie schnell geht denn das Beuterraub Wird er wenn da so viele Augen gerade sind, richtig schnell Richtig easy going Ey, du brauchst dein Ammonition Wie Doch, ne, jetzt wird ich, och, Mann Warte, 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 warte Hatten nicht eben noch die Gegner Vollversprung? Ne, nein Nee Ich dachte mal kurz Das ist aber so meine Vollversprung Du warte abgeliefert hast Die vollen Taschen, die werden gejobbt Die vollen Taschen, die werden gejobbt Wieso schreibt eigentlich Blau, also einer aus unserem Team Soll nicht kriegen Hilfe Oh, mir ladte ich auf einen Das wäre natürlich schon ein Inquisitionsschwert gewesen Soll ich auch noch weitere Keiner von uns wurde getroffen Oh Oh was Ich merke bis das Feuer weg ist Oh nein, nein War das das? Amás village Ich bin du dann im�hoo Alter Åh Wow Wow, Alter, ich wurde von zwei Seiten dann auf einmal angesprungen, dann kam ich hier rein, dann hab ich dich gerätzt, in der letzten Sekunde, und dann kam diese hässlige Brandgranate, die hat alles versaut. Davon wirst du los? Oh Gott. Oh, nein, nein. Ich wollte nur grad... Was? Ich wollte ihn eigentlich mit dem Schwert killen, aber... Oh, oh, WG? Oh, findet man das denn? Oben drauf, ach, oben auf dem Dach, in der Glaskuppel sieht's der. Oh, wow, und da kann ich hier nicht viel machen? Nicht wirklich, nein. Und da war's in dem Wasserspender hier. Da kannst du richtig schön die Bläschen sehen, die sich steigen. Dafür war die Entwicklungszeit cool auswählen. Dort, diese Wasserbläschen in Wasserspender. Oder was? Oh, die ist heute immer so... Ne. Mann. Ich dachte, man kann sie mir ratzen. Ähm, nö. Oh. Ich bin zu weit weg. Aber dafür hab ich jetzt kein Geld mehr. Und irgendjemand hat hier die Tür zugemacht. Alter, was hab ich? Ich? Oh, du würdest mich doch verarschen. Wer hat hier diese hässige Tür zugemacht, dass man nicht zum Geld kommt? Hä? Die Tür denn? Die... Du meinst nicht die Tresor-Tür, oder? Nein, diese anderen Statuen, die man mit dem Knopf da drinne zu macht. Wieso hab ich manchmal so die Augen zu? Ähm, denn eines Auge meinst du? Ja, ja. Wir sind halt alle zu glauben. Das ist ja authentisches Crashing-Effekt, Alter. Ach so. Alter, nein, ich bin im Feuer! Freu, freu! Alter, was? Ich war im Friendly und im Enemy... Ach, Alter, ich bin im Feuer! Ich war im Friendly und im Enemy-Fire. Ja, ich auch. Zart. Das war einfach lila, das Feuer. Äh. Geil. Geil. Wir schließen, was macht das denn? Schlicht in der Tür. Ne. Nein, Timo, nicht den Knopf da in dem Raum drücken. Hab ich nicht. Jetzt haben wir die Max mal Panik, weil dann kommt keiner mehr zum Geld aus unserem Team. Schade auch. Ich sollte mal den überhaupt drücken sollen. Haben. getotet. Wie viele Gegner kann das ganz praktisch sein, ne? Nein. Nein. Das ist auch die Erfahrung. Das ist total ekelhaft, wenn du zu unserem Geld trinken willst. Schnell weg, schnell weg. Oh. Ich hatte Geld dabei. Geil fertig. Ruf den Bestatter an und am Feuer frei. Na, kauf Geld aber auch nur uns nicht weg. Alter was? Timo ist bei einem versuchen zum Tresat zu kommen. Nö ich nicht. Junge. Die sind gerade nicht an unserem Geldstapel. Sind du selbstverständlich dabei? Doch. Da waren total viele. Bist du dumm, Stefan? Ey, die sind halt in dem Parkhaus da immer Ja, du bist dumm Ja, ja, richtig Timo, kannst du überhaupt killen? Richtig dumm Ich hab schon am meisten Geld geholt von dir und mir, Alter Von dir und mich? Ja Alter, jetzt geht der Muskel... Alter, wie blöd du aussiehst Ich sehe nix, alles so hell Was, denn hab ich nicht gekillt? Wir sind drüber geflogen Ja, das hätte ich doch absolut nicht gesehen Ah Ja, das ist authentisch wie die Night-Version in DayZ Äh, nee, noch schlimmer Noch schlimmer Hö, bis später Hö, bis später